Moin moin und hallo alle zusammen und willkommen zum Ergebnisvideo eines unverständlichen Battles. Deswegen ist das logischerweise relativ kurz. Two Boys 100 sind weiter und treten im Viertelfinale gegen Feno an. Und auch wenn es jetzt groß nicht Feedback gab, auf jeden Fall meiner Meinung nach eine echt starke Runde. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie so heftig abliefern gegen einen Gegner, gegen den es das nicht unbedingt gebraucht hätte. Das wäre meiner Meinung nach ziemlich wahrscheinlich 1-0 gewesen. Nichts gegen Brati, aber das war stark. Dementsprechend keine große Überraschung und wir gehen dann direkt in die nächste Runde. Und zwar gehen wir zum Battle 7 und zwar Romantik gegen Ingo Benabile mit der Aluhu-Challenge. Die erscheint morgen um 18 Uhr. Schade dafür ein, beide Leute haben eingereicht. Und jetzt erfahrt ihr auch, was die Supporter gevotet haben. Wir haben sie ja zur Erinnerung vor einigen Wochen schon, vor ziemlich vielen Wochen schon, entscheiden lassen, was die Challenge für das letzte Achtelfinale wird. Und sie haben sich zwischen drei Challenges für die entschieden. Und zwar auch relativ eindeutig. Und diese müssen sich nun Almaninato und Mumbeck stellen. Und genau dazu kommen wir jetzt. Und anschließend geht es auch schon in die Viertelfinalrunden. Also Hype, 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 Hype. Dementsprechend. Und jetzt schnack ich nicht weiter lang. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Wir machen heute Cash und du wirst heute nur Bro-Boy. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.